Bedingungsloses Grundeinkommen? Für jeden? Einfach so? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Mit dem Denken von gestern werden wir nicht die Probleme von morgen lösen. Blödsinn. Fürs Nichtstun gibt's nicht. Meine Konzernverstände sagen, dass in Zukunft sowieso die Roboter die meiste Arbeit übernehmen. Hier, ne, hier. Meine Freundin fragt, ist Arbeit denn nur Arbeit, wenn sie bezahlt wird? Sagen Sie das bei allen Eltern, Ehrenamtlichen und Hausfrauen? Ja gut, ich kenne keinen Gruppsverdiener, der aufgehört hat zu arbeiten, weil er genug Geld hat. Was würdest du tun, wenn für dein Grundeinkommen gesorgt wäre? Die Grundeinkohle für Mutti und Vati, Leiharbeiter, Minijobber und Rentner würde allen ihre Würde zurückgeben. Ist so prima Sache, finde ich. Ja, ja, alle denken darüber nach. Aber bislang hat sich noch keine Partei getraut, das vorzuschlagen. Oder? Grundeinkommen ist jetzt wählbar. Bundesweit. Wie, wagt seit wann ditten? Ja, nach meiner Kenntnis... ...tritt das sofort. Unverzüglich. Wie soll denn das bezahlen? Geld ist genug da. Mehr Europa wagen. Mit Grundeinkommen. Am 26. Mai. Bündnis Grundeinkommen. BGE wählen. Easy peasy. Komm, lass jucken. Asha, 1 zuIST auf. In der Grünen. Russten,ío Eubergre, Kنا. Kopen, 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 kaufen, kuchen. Untertitelung des ZDF, 2020